Liebe Zuschauer, in meinen Händen halte ich ein Buch mit einem Titel, der ist im ersten Moment etwas schwer zu greifen, das nennt sich, wenn schwarze Schwäne Junge kriegen. Ein etwas seltsamer Titel, wenn man reinschaut, wird man schnell verstehen, um was es da geht. Ich habe das große Vergnügen, heute mit dem Autor sprechen zu dürfen und glauben Sie mir, wenn ich sage, es gibt ein Vorher und ein Nachher von diesem Buch und dazu sage ich herzlich willkommen, Herr Dr. Markus Greil. Vielen Dank, ich bin gerne gekommen. Herr Greil, schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich glaube, so früh waren wir heute noch nie im Studio gesessen, früher Vogel fängt den Wurm und wir haben uns letztes Jahr kennengelernt bei einer anderen Veranstaltung auf dem Hambacher Fest von Professor Ott und wir haben damals schon die Gelegenheit gehabt, ganz kurz ein Gespräch zu führen, leider nur viel zu kurz, das hat der Tag nicht anders hergegeben. Umso mehr freut es mich, in Ihr Buch einzutauchen und ich habe Ihren Vortrag über dieses Buch und das Buch also wirklich mit großem Interesse verfolgt. Ihren Vortrag habe ich mehrfach angehört, muss ich sagen, auf dem Hin- und Herweg, um das überhaupt mal ansatzweise zu greifen und da würde ich jetzt gerne einsteigen mit Ihnen und Sie sind als Unternehmensberater, Finanzexperte und Autor natürlich, wie soll ich sagen, in diesen Themen vollkommen drin und wann haben Sie die Idee gehabt, dieses Buch zu schreiben, weil es ist in seiner Brisanz ja wirklich top aktuell. Ja, als wir uns das letzte Mal in Hambach auf dem von Professor Otto organisierten Neuen Hambacher Fest getroffen haben, das war ja im Mai 2018, genau, da waren schon die ersten Seiten geschrieben. Es war sogar eigentlich schon ein Drittel fertig zu dem Zeitpunkt. Also der Gedanke kam relativ früh in 2018 und zwar aus zwei Überlegungen heraus. Das eine war, dass alle gefragt haben, naja, Sie haben im Tragecrash sehr starke Prognosen abgegeben hinsichtlich der Entwicklung unseres Finanzsystems. Wo läuft das denn hin? Das war ja im Grunde genommen, genau, der Tragecrash war, das war eigentlich das dritte Buch, aber der erste Bestseller. Und insofern war dann diese Nachfrage da, ja, das fortzuschreiben und zu sehen, läuft denn das in diese Richtung? Also es war praktisch ein Element, hier quasi die Daten in die Zukunft zu verlängern und zu sehen, ob es auch tatsächlich so eintritt. Bisher muss ich leider sagen, dass das ziemlich punktgenau eintritt, was im Tragecrash damals prognostiziert worden ist. Und das andere war, dass es eigentlich neben den geldpolitischen Problemen, die wir uns eingehalst oder aufgehalst haben durch die Nullsinspolitik und die permanente Intervention der Zentralbank an den Märkten, eine ganze Reihe weiterer politischer, wirtschaftspolitischer und technologischer Fehlentwicklungen gibt, vor denen man, ich sag mal, zwar nicht nur Angst haben sollte, also Angst ist ja mal ein schlechter Ratgeber, aber um die man sich mal intellektuell bemühen sollte, sie verstehen sollte, um sich auf sie vorzubereiten. Und warum die schwarzen Schwäne? Was ist das für eine Analogie? Na, der schwarze Schwan, da bin ich ja nicht der Erste, der die benutzt, es gab es ja vor einigen Jahren das Buch Der schwarze Schwan von Taleb. Der schwarze Schwan ist eigentlich ein sehr unvorhersehbares oder sehr seltenes Ereignis, also geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, aber starke Wirkung. Üblicherweise halten ihn die Leute nicht für möglich. Die meisten sehen ihn nicht kommen. Klassische schwarze Schwäne sind beispielsweise die Finanzkrise 2007, 2008. 9-11 ist ein schwarzer Schwan. Der Erste Weltkrieg war ganz sicher ein schwarzer Schwan, der kam ja praktisch aus dem Nichts da herbeigeflogen. Und diese Ereignisse werden meistens nur von wenigen antizipiert und von der Masse der Akteure und Entscheider entweder nicht antizipiert oder geflissentlich ignoriert. Okay, also das Bild greift gut. Da kann man sich gleich vorstellen, was damit gemeint ist. Gehen wir gleich ins Thema rein. Also Sie haben in Ihrem Vortrag die Reihenfolge ein bisschen anders gemacht wie jetzt im Buch, aber ich würde gerne anhand von dem Vortrag die Schwäne durchgehen, weil sie da irgendwie die Reihenfolge irgendwie erst klingt logischer oder ist einfacher nachzuvollziehen. Der erste große schwarze Schwan, was sagen Sie, ist die Zombifizierung der Wirtschaft. Ja. Also sprich, der daraus folgende Hyperinflationsschub von 11 Billionen Euro, so habe ich es aufgeschnappt, dann muss ich es ja erstmal schlucken. Wo kommen jetzt plötzlich 11 Billionen Euro her? Ja, also die Problematik habe ich ja im Tragecrash schon ein Stück weit rausgearbeitet. Die Nullsinspolitik erzeugt zwei Phänomene im Bankenwesen. Und zwar deswegen, weil die Nullsinspolitik ja eigentlich nur dafür konstruiert ist, die südeuropäischen Staaten zu retten, aber über die Nebenwirkungen hat man sich vorher keine Gedanken gemacht. Und selbst wenn man sich Gedanken darüber gemacht hätte, hätte man wahrscheinlich das, was sich jetzt da entwickelt hat, für unwahrscheinlich gehalten oder hingenommen. Das ist die Befürchtung, habe ich sogar, dass man es hingenommen hätte. Was sind diese zwei Phänomene? Das eine ist, der Nullzins hält Unternehmen am Leben, die eigentlich pleite gehen sollten. Die werden durch die Subvention des Nullzinses am Leben erhalten, die müssen ihre Kapitalkosten nicht mehr verdienen, die werden normalerweise vom Markt und vom Wettbewerb aussortiert, aber der Nullzins sorgt dafür, dass sie sich noch weiterschleppen können. Das sind quasi Zombies, die sollten tot sein, die laufen aber noch rum, die sind unproduktiv, ineffizient, produzieren Dinge, die man nicht braucht, jedenfalls nicht zu den Kosten, die sie haben. Und der normale Markt mit einer normalen Zinspolitik würde dafür sorgen, dass die im Wettbewerb einfach nicht mehr existieren können, müssen Konkurs sein. Wenn die Zinsen normal marktgerechte Zinsen zahlen würden, dann würde der Cashflow nicht ausreichen und es wäre auch die Nachfrage nach ihren Produkten geringer. Also diese niedrigen Zinsen sorgen ja auch dafür, dass eine künstliche Nachfrage erzeugt wird nach Produkten, die es sonst gar nicht gäbe. Und das ist also eine Vielzahl von Themen, die da ineinander greifen, aber das Endergebnis ist, dass die Anzahl der Pleiten in Euroland seit Beginn der Krise 2007, 2008 um 75 Prozent gefallen ist. Das heißt also, wir haben heute 75 Prozent weniger Pleiten als noch vor zwölf Jahren. Und wenn man das mal in Zahlen fasst, normalerweise fallen anderthalb bis zwei Prozent aller Unternehmen aus, jedes Jahr. Jetzt haben wir weniger als ein halbes Prozent Ausfälle pro Jahr. Und diese Ausfälle, die sind nicht aufgehoben, die sind nur aufgeschoben. Die akkumulieren sich in der Volkswirtschaft und die bewirken zwei wesentliche Dinge. Das eine ist, sie binden riesige Mengen an Ressourcen, also an Kapital und an Humankapital, in diesen schlechten Unternehmen, also auch in schlechten Verwendungen, in unproduktiven Verwendungen und sorgen auf diese Weise dafür, dass das Produktivitätswachstum der Volkswirtschaft insgesamt langsamer wird. Das heißt, die Leute, die da arbeiten, stehen für andere Firmen nicht zur Verfügung, weil sie... Genau, so ist es. Also normalerweise ist ja der Zweck der kreativen Zerstörung, wie Schumpeter das so schön beschrieben hat, ist ja, dass die Leute freigesetzt werden, nicht um sie freizusetzen als Selbstzweck, sondern damit sie sich neue, produktivere Verwendungen im Wirtschaftsgeschehen suchen können. Das ist der Motor des ökonomischen Fortschritts. Nämlich anders kommt sozusagen der technologische Fortschritt gar nicht in der Wirtschaft an, als wenn man die Ressourcen in die neuen Technologien hineinsteuert. Wenn immer mehr Unternehmen quasi tot sein sollten und sie sind deswegen, sie sollten deswegen tot sein, weil sie eigentlich nicht auf der Höhe der Zeit sind, dann bedeutet das, immer mehr Ressourcen, sowohl Menschen als auch Kapital, werden gefangen wie die Galärensklaven in Verwendungen, für die sie eigentlich zu schade sind, weil es bessere Verwendungen gibt. Und dieses Produktivitätswachstum bleibt dann aus und damit bleibt auch das langfristige Wirtschaftswachstum aus. Deswegen feiert heute eine EZB 1, irgendwas Prozent Wachstum als großen Boom, obwohl das ein total anämisches Wachstum ist, wo man sich eigentlich, ich sage mal, wegschmeißen müsste vor Lachen, wenn man darüber nachdenkt, wenn es nicht so traurig wäre. Anämisch bedeutet eigentlich blutarm. Ah ja, okay, jetzt aus der Medizin. Das ist also im Grunde genommen ein Wachstum, das kann man nicht als echtes Wachstum bezeichnen. Das ist im Grunde genommen ja quasi der Kriechgang. Und der zweite Effekt ist, dass diese Unternehmen ja schlechte Unternehmen sind, deren Pleiten irgendwann nachgeholt wird. Aber diese Unternehmen sind auch alle Kreditkunden. Und sie sind sogar besonders kredithungrig, weil sie brauchen mehr Liquidität, saugen mehr Liquidität auf, die sie verbrauchen als gesunde Unternehmen und sind besonders kredithungrig. Und sind dadurch natürlich auch in den Kreditbüchern der Banken, akkumulieren sie sich. Und sie werden von den Ratingsystemen, die die Banken haben, nicht mehr zuverlässig als schlechte Kunden erkannt. Und das bedeutet, dass wir eine Akkumulation von gefährlichen Risiken auf der Kreditrisikoseite im Bankensystem sehen. Und diese Akkumulation von Risiken, die wird schlagend werden. Die wird dann schlagend werden, wenn diese Unternehmen, wenn diese Unternehmenspleiten nachgeholt werden durch irgendeinen äußeren Einfluss. Das kann eine Zinserhöhung sein, die deswegen aber nie kommt, weil die EZB mittlerweile genau weiß, was sie da für eine Zombie-Armee herangezüchtet hat, mit ihrer Politik. Das heißt, wenn die den Zins erhöhen würden, würde das schlagartig? Wenn die den Zins erhöhen, dann kippen die um, wie die fliegen. Also wir haben auch Sensitivitätsanalysen dazu gemacht. Wir haben ein relativ gutes Verständnis davon, bei welchen Zinsniveaus, wie viele Unternehmen dann ins Trudeln geraten. Und wenn die Zinsen erhöht werden, dann wird also diese Bombe gezündet. Deswegen werden die Zinsen noch nicht erhöht. Nehmen Sie 2018. 2018 hat uns die EZB erzählt, super Wachstum, alles super, unsere Geldpolitik funktioniert. Das war die Botschaft 2018. Wer Zeitung gelesen hat, hat es sehen können. Warum hat man denn dann in diesem super tollen Boom, den man uns da als solchen verkauft hat, die Zinsen nicht erhöht? Das wäre doch der ideale Zeitpunkt gewesen, die Zinspolitik zu normalisieren. Weil es nicht machbar ist. Weil man es sich nicht getraut hat. Und man hat es sich nicht getraut, weil man weiß, dass man nicht nur Italien, Frankreich, Spanien und Griechenland dann zum Umkippen bringt, die ja ihre Haushalte trotz dieses Riesengeschenks des Nullzinses über viele Jahre jetzt nicht saniert haben. Weil man ja die Ökonomie in der EZB wohl für eine Wissenschaft der Töpfe hält und nicht für eine Wissenschaft der Anreize. Und gleichzeitig weiß man, wenn man die Zinsen erhöht, kippen die Zombies. Und dieser kombinierte Schock, den könnte die europäische Volkswirtschaft überhaupt nicht überleben. Also wenn hier 15% der Unternehmen, und so viel sind es mittlerweile, die in die Zombifizierung gewandert sind, nachdem wir jedes Jahr seit 10 Jahren 1 bis 1,5% aufgespart haben. Wenn wir diese Anzahl an Unternehmen in die Pleite schicken, dann haben wir nicht nur 15% Arbeitslosigkeit, dann fallen 15% aller Unternehmenskredite aus. Dann fallen 15% aller Häuslebauerkredite aus, weil die Arbeitnehmer, die da drin sind, die werden dann arbeitslos. Dann fallen 15% aller Konsumentenkredite aus, weil es die gleichen Arbeitnehmer betrifft. Und dann kommen natürlich riesige Mengen an Immobilien, die als Sicherheiten gedient haben, auf den Markt, bringen die Immobilienblase zum Platzen. Das heißt, das ist eine Kettenreaktion, die sich durch die Kreditbücher der Banken fortpflanzen würde. Und wenn diese Kettenreaktion die Banken erreicht, dann wird das zu einem Abschmelzen des Eigenkapitals führen. Der Verlust dieser Kredite, der wäre sehr hoch. Der wäre auch höher als normalerweise, weil die Sicherheiten eben gleichzeitig auch an Wert verlieren, weil es zu viel auf einmal auf den Markt kommen. Und das würde bedeuten, dass wir innerhalb weniger Monate oder Quartale das gesamte Eigenkapital des europäischen Bankensystems verbraten. Das heißt also, das Bankensystem in Europa wäre dann pleite. Wir haben über 1500, wahrscheinlich mittlerweile sogar 1800 Milliarden Euro Kredite an diese Unternehmen ausstehen. Wenn die alle pleite gehen, dann können sie das erstmal in eine große, riesige Abschreibung packen. Und das müssen sie ja gegen das Eigenkapital der Banken rechnen. Dann schmilzt das Eigenkapital der Banken unter Null. Und zwar insgesamt. Nicht von einer oder zwei, sondern vom gesamten Bankensystem. Das heißt, im Schnitt von allen Banken. Das heißt, alle Banken schreiben nur noch rote Zahlen? Nicht nur, dass sie rote Zahlen schreiben. Die sind pleite. Die sind dann mit negativen Eigenkapital. Also rote Zahlen, da kommen wir zu dem zweiten Problem. Die Ertragserrosion der Banken, die auch durch den Nullzins ausgelöst wird. Banken leben zu 80 Prozent von Zinsmargen. Da gibt es drei. Das sind die Sparmarge, die Transformationsmarge, die sogenannte Transformationsmarge und die Kreditmarge. Die sind ganz einfach erklärt. Die Sparmarge ist, sie bringen ihr Geld zu 1 Prozent aufs Sparbuch. Die Bank verdient aber über Nacht am Geldmarkt 2 Prozent. Damit hat sie schon 1 Prozent verdient, am Beispiel. Dann die Transformationsmarge ist, sie geben der Bank das Geld kurzfristig. Sie können es jederzeit abholen. Aber die Bank verleiht es auf 10 Jahre. Und 10-jährige Zinsen sind nicht 2 Prozent, sondern vielleicht 5. Hat sie nochmal 3 Prozent verdient. Und dann kommt obendrauf noch eine Kreditmarge fürs Kreditgeschäft. Das ist quasi der Preis des Risikos, der am Markt durchsetzbar ist für das Kreditgeschäft der Bank. Und aus diesen drei Margen setzen sich 80 Prozent der Erträge der Banken zusammen. Die Sparmarge ist weg, weil der Zins am kurzen Ende minus 0,4 ist. Das hat die EZB so festgelegt. Das heißt, sie bringen das Geld auf die Bank, kriegen keine Zinsen dafür, minus 0,4 sind schon mal weg. Die Transformationsmarge ist weg, weil die Zentralbank die Zinsstrukturkurve flach gedrückt hat. Die Differenz zwischen 0 Jahren und 10 Jahren ist nicht mehr 3 Prozent, sondern fast 0, sodass es auch nicht mehr genutzt werden kann. Also stürzen sich alle aufs Kreditgeschäft, um es dort zu kompensieren, weil sie ihre Kosten nicht schnell genug abbauen können. Und dieser Kompensationsversuch, wenn das alle machen, bedeutet das, das Angebot in diesem Segment steigt, während die Nachfrage nicht mitsteigt. Und wie in jedem Markt, so führt es auch dazu, wenn das Angebot wächst und die Nachfrage nicht wächst, dann fällt der Preis. Also schrumpft nur noch die Kreditmarge. Und dieser Erosion, dieser Erosionsprozess, der kommt Ende 2020 an seinen Nadier. Das heißt, der wird dann an einen Punkt gelangt sein, wo mehr Banken rote Zahlen schreiben, ganz operativ, selbst ohne Kreditverluste, als Gewinne. Und das wird der Auslöser sein, den die EZB nicht beeinflussen kann. Das wird die Zombies zum Kippen bringen. Warum? Weil die Banken dann eine schrumpfende Eigenkapitaldecke haben. Einige haben es ja jetzt schon. Und diese schrumpfende Eigenkapitaldecke untergräbt ihre Risikotragfähigkeit. Und sie brauchen aber Risikotragfähigkeit, um Kredite vergeben zu können. Und wenn die schrumpft, schrumpft auch die Fähigkeit, Kredite auszureichen. Auch regulatorisch ist das so. Sie brauchen nach Basel III und Basel II für jeden Kredit, den sie ausreichen, in Abhängigkeit seines Risikos, eine bestimmte Eigenkapitalmenge. Und wenn sie die nicht mehr haben, dann können sie den Kredit nicht vergeben. Und die dann schrumpfende Kreditversorgung der Wirtschaft, die wird die Zombies auch umbringen, weil das können die auch nicht überleben. Sodass diese Bombe zwei Zünder hat, nämlich eine Zinserhöhung, die nie kommt. Und eine Kreditrationierung, die mit Sicherheit kommt. Und deswegen wird die Kreditrationierung durch den Ertragsverfall der Banken des auslösenden Moments sein, dass die Zombie-Bombe zum Platzen bringt. Mir fällt gerade ein Zitat aus dem Film Das fünfte Element ein. Big Bada Boom. Dagegen wird 2008 ein leises Lüftchen sein. Eine Pfadfinder-Party. Und wie kommen Sie auf die 11 Milliarden Hyperinflationsschub? 11 Billionen. Das ist ganz einfach. Wir haben ungefähr 1500 bis 1800 Milliarden Zombie-Kredite. Wir haben weiterhin noch jetzt schon etwa 1000 Milliarden ausgefallene Kredite im europäischen Bankensystem, die nicht ordentlich abgeschrieben sind. Und wenn Sie die zusammenzählen, kommen Sie auf 2500 Milliarden. Das ist das Loch, vor dem das Bankensystem steht. Das ist also die Menge an Kapital, die Sie normalerweise jetzt reinfüllen müssten, um das Bankensystem so stabil zu machen, dass es einen solchen Schock überleben kann. Die Erfahrung 2008 hat uns allerdings gelehrt, dass wenn wir damit warten, bis eine Bank umgekippt ist und sie dann erst retten, dass wir dann den dreifachen Betrag brauchen, um sie zu stabilisieren. Und zwar deswegen, weil es Vertrauen weg ist und niemand weiß, was sonst noch in einer Bank drin ist. Und Sie müssen also sehr viel mehr dann da dran werfen, um die Stabilität herzustellen. Und wenn Sie es den dreifachen Betrag brauchen, den die Lücke ist, Sie bekommen dann später zwei Drittel zurück, weil dann wird sich ja zeigen, dass die Risiken doch nicht so groß waren. Aber in dem Moment, wo es knallt, brauchen Sie diese Liquidität und zwar in Form von Eigenkapital. Sie müssen Fremdkapital, nützt Ihnen da nichts. Sie müssen Eigenkapital da reinstecken, damit die Leute das Vertrauen zurückgewinnen. Und das sind eben dreimal so viel. Dreimal 2500 sind 7500 Milliarden. Jetzt ist dann die Frage, wo nehmen Sie das denn her, 7500 Milliarden, um die Banken zu retten, wenn dieser Fall eintritt. Die Steuern können Sie soweit nicht erhöhen. Das sind nämlich 75 Prozent des europäischen oder des Euroland-Bruttosozialprodukts, 7500 Milliarden. Sie können sich auch nicht verschulden, weil Sie haben ja schon 10.000 Milliarden Schulden im Euroland. Das sind etwa 100 Prozent des Bruttosozialprodukts und mehr geben Ihnen die Märkte auch schon gar nicht in der Situation. Das heißt, das können Sie vergessen, dass da draußen Investoren sind, die dem Staat in der Situation, wo er im Grunde genommen im Rücken zur Wand steht und seine Wirtschaft gerade kollabiert, nochmal ungefähr so viel Geld geben, wie er sowieso schon an Schulden hat. Das ist nicht drin. Illusorisch. So, dann gibt es genau einen, der Ihnen das Geld geben kann und das ist derjenige, der es drucken kann. Das ist die EZB. Das heißt also, man wird der EZB die Rechnung dafür schicken. Man wird die Banken verstaatlichen und man wird dann diese Zombie-Kredite nehmen und in gewaltige Verbriefungen packen müssen, um sie dann der EZB aufs Buch zu drücken. Und weil Sie den dreifachen Betrag brauchen an Eigenkapital, Zuführung in die Banken, um das Vertrauen wiederherzustellen, wenn Sie Glück haben, brauchen Sie weniger, wenn Sie Pech haben, brauchen Sie mehr, sind das 7.500 Milliarden, die die EZB in das System pumpen muss. Das ist alles frisch gedrucktes Zentralbankgeld. Dann steigt die Zentralbankgeldmenge von 4.200 Milliarden, die wir jetzt haben, auf dann 11.700 Milliarden, wenn diese Rechnung so stimmt. Und das bedeutet natürlich, dass die Geldmenge insgesamt sich aufbläht. 11 Billionen. Ja, 11 Billionen. Wobei, bisher haben wir ja auch schon eine Ausdehnung der Zentralbankgeldmenge gesehen. Die hat sich ja schon mal verdreifacht von knapp über eine auf knapp über 4 Billionen. Das ist das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und warum haben wir da keine Inflation gesehen? Weil die Giraldgeldmenge nicht entsprechend mitgewachsen ist. Also die Gesamtgeldmenge, die beträgt ja jetzt schon ungefähr so 10 Billionen roundabout. Oder 11. Was ist die Differenz zwischen diesen 4 Billionen Zentralbankgeld und den 10 oder 11 Billionen Gesamtgeldmenge? Das ist das Giraldgeld, das ist das Kreditgeld, das die Banken schöpfen. Also das ist, jeder Kredit, der vergeben wird, schöpft ja Geld. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn jetzt die Zentralbank 7.500 Milliarden schafft, was passiert mit der Giraldgeldmenge? Die wird natürlich am Anfang ein bisschen schrumpfen, wenn nämlich die ganzen Zombies pleite gehen. Das führt zu einer deflatorischen Tendenz im Giraldgeld. Und das wird auch natürlich der Anlass sein zu sagen, wir müssen Geld drucken, um die Deflation aufzuhalten. Das wird die Begründung sein, die man bringt. Man wird allerdings nicht bedenken, was mit der Giraldgeldmenge passiert in dem Moment, wo die Banken gerettet werden. Das werden nämlich dann verstaatlichte Banken sein. Und diese verstaatlichten Banken, die gehören dann der Politik, die schon immer wusste, dass sie die besseren Banker waren oder sind. Und die werden dann sagen, das ist ja super. Wir haben jetzt hier gerade eine Riesenpleitenwelle im Land. Die größte Rezession seit 1929 wird das sein. Und jetzt müssen wir Geld im Wirtschaftskreislauf pumpen, damit der sich erholt. Und das machen wir, indem wir jedem einen Kredit geben, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Risikoprüfungen werden sie dann vergessen können. Wenn das Geld erstmal in der Hand der Politik ist und die Banken, dann werden sie also über die Banken gewaltige Mengen Geld versuchen, mit der Gießkanne Kredite zu verteilen. Und da wird es dann zwei Arten von Unternehmen geben. Die einen, die gesund sind und die davon keinen Penny nehmen werden, weil die sind ja nicht mit dem Klammerbeutel gepudert. Und die, die krank sind, die werden jeden Penny nehmen, den sie kriegen können, weil es für sie eine Frage des Überlebens ist. Das heißt, wir steuern dann zig, hunderte, tausende von Milliarden wieder weiter in die schlechten Verwendungen von Unternehmen, die eigentlich ausscheiden sollten am Markt. Das heißt, wir werden wieder die Bereinigung verpassen. Aber diesmal wird es nicht klappen. Und zwar deswegen, weil diese Ausdehnung der Girald-Geldmenge, die dann gleichzeitig praktisch läuft mit der Ausdehnung der Zentralbank-Geldmenge, die wird dafür sorgen, dass es keine Kompensation gibt auf der Geldmengenseite. Und das wird dann zur Inflation führen. Sie können die Geldmenge ausdehnen in einem gewissen Umfang, ohne dass es eine Inflation gibt. Aber wenn Sie es übertreiben, dann ist irgendwann, das ist wie so eine Ketchup-Flasche, die schütteln Sie, da kommt lange nichts raus. Aber wenn Sie fest genug, dann kommt gleich die ganze Flasche. Und dann liegt das... Genau das wird passieren. Und wenn Sie sich dann vorstellen, Sie erhöhen dann ja die Geldmenge ja mindestens um 50, vielleicht auch um 100 Prozent. Das muss also in einem einmaligen Preisschub zu einer Preisanpassung führen. Das heißt, das Ganze numerär wird angepasst und dann haben Sie wohl 50 Prozent Inflation, aber nicht im Jahr, sondern im Monat. Und das ist das Problem, weil dann entwerten Sie natürlich innerhalb kürzester Zeit die Ersparnisse. Und Sie können diese Inflation auch nicht wieder einfangen so einfach, denn um die Inflation zu stoppen, müssen Sie zwei Dinge tun als Zentralbank. Sie müssen die Zinsen erhöhen und die Geldmenge begrenzen. Tun Sie das mal, wenn gerade 15 Prozent aller Unternehmen pleite gemacht haben. Was Sie haben dann, ist eine Stagflation. Das heißt, Inflation und Depression. Das hat man seit 1973 nicht mehr. Das ist eine ganz seltene Mischung. Ganz schwierig zu handhaben von der Zentralbank. Und die Möglichkeit, das dann einzufangen, das können Sie vergessen, weil in dieser depressiven Phase wird jeder sagen, wir können hier die Zinsen doch nicht erhöhen. Seid ihr wahnsinnig? Das heißt, die Inflation wird dann weiter galoppieren, die wird nicht aufgehalten und nach drei, vier Monaten sind die Ersparnisse entwertet. Und zwar tutto completo. Das wird der Euro nicht überleben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, also ich sage ja, es gibt ein Vorher und ein Nachher von Ihrem Buch. Weil bei diesem Finanzthema habe ich echt auch mehrfach geschluckt. Und das Schöne ist, ich kann es verstehen, was Sie sagen, ich kann es nur niemandem erklären. Wenn ich das jetzt wiedergeben möchte, was Sie gesagt haben, keine Chance, muss ich sagen, spul zurück und schaue es dir nochmal an. Ich habe es auch mehrfach anhören müssen, um das ein bisschen zu verstehen mit diesem Hyperinflationsschub, vor allem das mit der Zombifizierung. Ein Prozess, der sich so nicht aufhalten lässt wahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie. Wir hatten ein gewisses Zeitfenster zwischen der Erkenntnis, dass diese Zombifizierung stattfindet und der Notwendigkeit ihrer Bereinigung und dem, wo wir heute stehen. Und da hätte man noch handeln können. Und keiner der Entscheidungsträger hat sich das getraut? Nein, also das können Sie von der Politik auch nicht erwarten, weil was wäre denn notwendig gewesen? Ohne, dass eine Bank pleite gegangen wäre, hätten Sie eine Bankenrettung anschieben müssen. Verkaufen Sie das mal da draußen dem Wähler. Das geht ja gar nicht. Vor allen Dingen nach 2008 nicht. Und da die Politiker immer bis zur nächsten Wahl denken und handeln, ist es natürlich... Das ist das eine. Und das andere ist, die andere Maßnahme, die auch notwendig gewesen wäre, wäre eine massive Kostensenkung des gesamten Bankensektors. Um etwa die Hälfte, also 50 Prozent Kostensenkung. Das geht auch technologisch, weil Banken sind ja nichts anderes als Informationsverarbeitung. Im Zeitalter der Digitalisierung sollte es ja wohl machbar sein, da die Kosten zu senken. Das geht aber nicht, weil die Banken, wenn sie die Kosten senken, müssen sie Rückstellungen für Abfindungen bilden. Also sogenannte Restrukturierungsrückstellungen. Und für jeden Euro, den sie einsparen, müssen sie zwei Euro Rückstellungen bilden. Das heißt, erst im dritten Jahr wird die Sache überhaupt positiv. Aber die Rückstellungen müssen sie sofort bilden. Wenn Sie also beispielsweise eine Bank wie die Deutsche Bank nehmen, die hat 63 Milliarden Buchkapital. Wenn die 10 Milliarden Kosten einsparen soll, und das wäre ungefähr die Notwendigkeit, dann muss sie 20 Milliarden Rückstellungen bilden. Dann hat sie nur noch 43 Milliarden Buchkapital. Das heißt, die hat das Geld gar nicht, weil sie kann mit 43 Milliarden Buchkapital reißt sie ja ihre regulatorischen Mindestkapitalanforderungen. Das darf sie gar nicht so wenig Kapital haben. Aber wenn sie diese Abschreibung tätigt, dann ist genau das buchtechnisch der Fall. Und das heißt, sie hat gar nicht die Möglichkeit, jetzt einfach zu sagen, ich spare die 10 Milliarden ein, selbst wenn sie das technisch kann. Weil sie sparen das ja nicht bei den Büroklammern. Sie sparen das bei den Leuten. Sie sparen das bei den Menschen. Und natürlich ist das eine bittere soziale Realität. Und dann sagen die Leute, da will ich wenigstens mal eine Abfindung haben, damit ich hier irgendwie mich bis in den nächsten Job retten kann. Das ist natürlich gut gemeint, aber das wird dazu führen, dass wir das Bankensystem kostentechnisch nicht sanieren können. Okay, da wissen wir ja, was auf uns zukommt schon mal in Richtung Finanzbranche. Ich verfolge es gespannt, seit ich Ihr Buch gelesen habe. Macht mir ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen, weil wenn man es nicht aufhalten kann, müssen wir uns auf so eine Art Situation mit 1929 definitiv vorbereiten. Das ist die Konsequenz daraus. Ja, wir werden eine schwere Krise, eine schwere Wirtschaftskrise sehen. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Das ist auch logisch. Also von Mises und von Hayek haben das schon vor Jahrzehnten vorausgesagt, dass wenn man versucht, die Bereinigungskrise einer Wirtschaft mit Geld, mit Gelddrucken zu verzögern, dass dann die Ungleichgewichte so lange wachsen, bis das Geldsystem kollabiert. Das ist eine klare Ansage der österreichischen Schule schon seit, eigentlich seit 80 Jahren hat man das schon, man hat das auch 1929 gesehen, das war ganz ähnlich. Die meisten Leute denken ja, 1929 sei irgendwie aus heiterem Himmel gekommen und dann wäre irgendwie die Geldmenge geschrumpft und das wäre die Ursache der Depression gewesen. Das ist natürlich ein Blödsinn. Die Wahrheit ist, 1929 hat man vor der Krise, also vor dem Crash 1929, hat man die Wirtschaft mit billigem Geld angeheizt. Man hat Riesenmengen an Geld gedruckt und die Umlaufmenge des Geldes erhöht und hat damit die Wirtschaft zum Heißlaufen gebracht, ohne dass dem die entsprechenden Produktivitätszuwächse entgegengestanden hätten. Und als 1929 die Märkte schließlich auf den Trichter gekommen sind, dass irgendwas nicht stimmt, kam der Crash. Dann kam es zur Geldmengenschrumpfung, zu einer schnellen Geldmengenschrumpfung und zwar deswegen, weil viel Geld, was man vorher gedruckt hat und billig gemacht hat, in falsche Verwendungen geflossen ist. Heute sind es die Zombies, damals waren es andere Themen. Und dieser Kollaps, der hat dann dazu geführt, dass eine Abwärtsspirale eingesetzt hat, die man dann über viele Jahre nicht mehr aufhalten konnte. Und dann hat man natürlich das auch noch mit weiteren Fehlern kombiniert, aber schon damals war eigentlich klar, dass es sich, wenn man sich die Sache genau anschaut, niemals um Marktversagen gehandelt hat. Auch 1929 nicht, sondern es war vorbereitet durch eine falsche Geldpolitik. Verstehe. Da könnten wir jetzt auch noch tiefer einsteigen, aber wir haben ja noch vier andere Schwende, die wir noch behandeln müssen. Also finanztechnisch wird es interessant werden in den nächsten 24 Monaten, sage ich mal so. Ich denke mal leider ja. Zweiter schwarzer Schwan, es steht bei Ihnen das Ende der Parteiendemokratie. Also gerade jetzt vor ein paar Tagen die Wahl gewesen zur EU, auch wieder große Verwerfungen hin und her, große Diskussionen, alles ist im Umbruch. Warum sehen Sie denn jetzt dieses System plötzlich an seinem Ende angekommen? Gibt es da in Ihrer Wahrnehmung irgendwas Aktuelles oder ist das auch die Entwicklung in den letzten Jahren gewesen? Also der Auslöser zu diesem Gedankengang war natürlich die Entwicklung der letzten Jahre und auch die monetäre Entwicklung. Aber das ist nicht der Auslöser des Problems, sondern das ist ein Symptom des Problems. Was haben wir eigentlich da vor uns? Wir haben eine Politik vor uns, die an allen Fronten, wo sie auch tätig ist, versagt. Das kann man glaube ich leider so sagen. Das merken die Leute immer noch nicht, weil sie durch diese Geldblase, die die EZB geschaffen hat, in einer Wohlstandsillusion gehalten werden. Aber diese Illusion wird demnächst zerplatzen. Das ist auch eine mediale Blase, dass man uns permanent vorhält, alles passt doch, alles super, Mutti macht schon. Also wir sind eigentlich permanent auf Dope in dieser Gesellschaft, wenn man es mal genau betrachtet. Auf dem monetären Dope, auf dem medialen Dope. Und die Leute haben zum Teil eben auch nicht das analytische Handwerkszeug zur Verfügung, um das zu durchdringen, zu durchschauen, dass das im Prinzip ein Wandeln auf dünstem Eise ist. Und also die Kuh steht auf dünnem Eis, die ganze wirtschaftliche Kuh steht auf dünnem Eis, aber nicht nur in der Geldpolitik. Es gibt ja eigentlich kein Politikfeld, wo nicht die Entscheidungen, die man getroffen hat, katastrophal sind. Und das betrifft nicht nur die Themen, wo es diese Auseinandersetzung mit der populistischen Zungenschlag-Migrationskrise gibt. Das betrifft die Energiepolitik. Also die Energiewende ist von einem ökonomischen Analphabetismus geprägt, der eigentlich seinesgleichen sucht. Ja, das ist nicht in Worte zu fassen. Eine komplette Ignoranz ökonomischer und technologischer Realitäten, dem man immer noch eins draufsetzt. Und jetzt mit den Grünen noch mehr Fahrt aufnimmt. Dieselkrise ist genau so, es ist ganz ähnlich. Dieselkrise ist im Grunde genommen ein völlig unbegründetes, gehyptes Unsinnsthema. Der Diesel im Gegenteil ist die effizienteste Möglichkeit von A nach B zu kommen und die energieeinsparendste und damit auch die klimaschonendste von allen. Und den Diesel da so zu verteufeln, hat jetzt dazu geführt, dass man einfach mal 4% des Vermögens der Deutschen enteignet hat. Das ist den meisten Leuten nicht klar. Wir haben 45 Millionen Fahrzeuge im Land. Davon sind 15 Millionen Dieselfahrzeuge. Die haben sich im Wert halbiert durch diesen politischen Schwachsinn. So, wenn man also mal einfach mal eine Überschlagsrechnung macht und sagt, im Schnitt war der Fahrzeugbestand vorher 20.000 Euro pro Autowert, jetzt ist er nur noch 10.000 Euro pro Autowert. Dann haben wir also 10.000 Euro Wertverlust mal 15 Millionen sind 150 Milliarden. Das ist der Betrag, um den man ein Drittel der deutschen Autofahrer oder Eigentümer enteignet hat durch diesen Unsinn. Der also weder ökonomisch noch technologisch noch sonst wie irgendwie zu rechtfertigen ist mit willkürlichen Grenzwerten, die aus der Luft gegriffen sind und aus heißer Luft im wahrsten Sinn des Wortes gegriffen sind. Also egal, wo man hinschaut, also Geldpolitik, Wirtschaftspolitik, Energiepolitik, Wohnraumpolitik. Also erst verknappt man den Wohnraum künstlich mit dem 800 Pfund Gorilla einer aus den Fugen geratenen Immigrationspolitik. Denn da ist ja praktisch die gesamte Flussgröße des Marktes, nicht die Bestandsgröße, aber die gesamte Flussgröße des Marktes, also der freie Wohnungsbestand absorbiert worden. Und dann wundert man sich anschließend über die Folgen, schreit anschließend nach Enteignung. Da muss man sich auch mal überlegen, wie viel Intelligenz gehört eigentlich dazu, hier wieder von Marktversagen zu reden, wo es doch offensichtlich ein Politikversagen war. Und dann schreit man nach Enteignung und will die ganze Sache am liebsten den Leuten, den gleichen Leuten in die Hände geben, die schon, wie soll ich sagen, für den Berliner Flughafen zuständig waren. Ein Experten-Team per se. Experten-Team per se. Also ich sage mal, wer in Berlin eine Wohnung hat und jetzt nach Enteignung schreit, der sollte sich wirklich mal die Frage stellen. Will ich, dass die gleichen Leute, die für den Berliner Flughafen zuständig sind, jetzt für meine Wohnung zuständig sind? Also ich halte das für eine begrenzt gute Idee. Aber das muss ja jeder selber wissen, der danach schreit. Dann gehen wir also wirklich überall durch. Die Agrarpolitik ist schon immer ein Subventionsgrab. Auf der Frage der inneren und äußeren Sicherheit, es ist ein Desaster in Dimensionen. Ich kann dazu sagen, wenn ein israelischer Minister beim Staatsbesuch in Deutschland die von ihm besuchten Politiker fragt, bei 36,9 Milliarden Verteidigungsbudget, wie schaffen sie es da eigentlich, keine Armee zu haben? Wie geht das überhaupt? Das geht durch geballte Inkompetenz. Siehe Gorch-Fock. Das ist das prominenteste Beispiel. Dann schreit Frau Merkel nach einem Flugzeugträger, die kann meinetwegen den Berliner Flughafen auf die Gorch-Fock draufschrauben, dann hat sie einen. Das wird wohl ungefähr, das ist wahrscheinlich das Konzept, das sie im Sinn hatte. Also da muss man sich an den Kopf fassen, wie man also, man lebt da in Luftblasen. Also jedes einzelne Ding, das die Politik anfasst, ist eine Katastrophe und das hat einen Grund, das hat einen ökonomischen Grund. Das ist ein Institutionen-ökonomischer Grund, nämlich die adverse Selektion des politischen Personals. Was heißt adverse? Adverse heißt eigentlich dysfunktional oder falsch aufgesetzt. Also wir haben einen ökonomischen Mechanismus, der dafür sorgt, dass genau die falschen Leute in die Politik gehen und dort aufsteigen. Und dieser ökonomische Mechanismus ist unser Bezahlsystem der Politiker. Der Durchschnittsabgeordnete im Deutschen Bundestag verdient dreimal so viel wie der deutsche Durchschnittsbürger. Was allein schon ein bisschen problematisch ist in meinen Augen, dass die Repräsentanten des Volkes dreimal so viel Geld verdienen wie das Volk selbst. Und dieses dreifache Einkommen, das können Sie erzielen im Prinzip, ohne irgendwie eine Qualifikation haben zu müssen. Das heißt, dieser Job ist der Idealjob für jemanden, der in der freien Wirtschaft niemals auf die Füße käme. Wenn Sie Serien-Schulabbrecher sind, wenn Sie Studienabbrecher sind, wenn Sie keine Karriere gemacht haben, wenn Sie zweieinhalb Jahre im Callcenter Ihre ganze Berufserfahrung nennen, dann streben Sie diese Karriere an. Weil Sie normalerweise im richtigen Leben, in dem Leben, in dem Sie sich am Markt durchsetzen müssen und bewähren müssen, in dem Sie etwas herstellen müssen, was andere wollen und brauchen, kommen Sie nicht weit. Ja, da werden Sie vielleicht, also ein Großteil dieser Leute wäre Aufstocker unter Hartz IV, wenn man es mal genau betrachtet, wenn Sie nicht in der Politik wären. In der Politik verdienen Sie es dreifache des Durchschnittseinkommens des Deutschen. Und wenn Sie mehr verdienen als das, dann ist Ihr Anreiz, da reinzugehen, natürlich überhaupt nicht mehr gegeben, weil dann sagen Sie, ich kann ja nicht auf dieses Rieseneinkommen verzichten, warum soll ich denn in die Politik gehen? Und wenn Sie es mal probieren, dann sehen Sie auch, was dann passiert. Also dann wird Ihnen, so wie das neulich bei einem Kandidaten für den CDU-Vorsitz der Fall war, Ihr sehr hohes Einkommen von einem Bataillon der Neidgeplagten vorgeworfen. Obwohl Sie eigentlich deren ganzen Gehälter mit Ihren Steuern finanzieren. Das heißt also, umso schlechter Ihre Qualifikation ist und umso geringer Ihre Chancen draußen wären, umso höher Ihr Anreiz in die Politik zu gehen und dort auch aufzusteigen. Und Franz Josef Strauß hat mal den schönen Satz geprägt, man muss sich die Gestalten nur anschauen, das trifft es, glaube ich. So, das ist der eine adverse Selektionseffekt und von dieser Elite, die sich daraus rekrutiert, können Sie nicht erwarten, dass sie die Probleme löst, vor denen wir stehen. Ich erinnere mich an einen kurzen Ausschnitt von Ihrem Vortrag, den Sie da letztes Jahr gehalten haben, der ging auch ziemlich viral. Ich habe den über WhatsApp zufällig bekommen, wo Sie, ich will es jetzt mal so sagen, ich zitiere Sie jetzt, dass der Großteil der politischen Masse rückgratlose Emporkömmlinge sind. Der Begriff war rückgratlos und minderbemittelt. Genau, minderbemittelt und rückgratlose Emporkömmlinge. Also das Thema minderbemittelt ergibt sich aus diesem Einkommensproblem. Und zwar deswegen, weil umso schlechter Ihre Bildung ist und umso weniger Sie können, umso höher ist Ihre Neigung, da reinzugehen. Und das Problem ist, wenn also das Einkommen, umso niedriger es ist, Sie da reinzieht. Einkommen und Intelligenz sind positiv miteinander korreliert. Und diese Korrelation, die wird zwar oft abgestritten, aber die ist da. Es gibt natürlich Ausnahmen. Korrelation heißt ja nicht, dass es ein fester, funktionaler Zusammenhang ist, dass es immer so ist. Also es gibt Ausnahmen. Die Schwaben haben so den schönen Spruch, gescheit, gescheitert, gescheitert. Also jemand kann sehr intelligent sein und trotzdem am Leben scheitern. Das gibt es. Es gibt auch Menschen, die, wie soll ich sagen, nicht sehr helle sind, aber irgendwie bauernschlau. Und die sagen dann vielleicht, ich verkaufe eine Sache für einen Euro, ich verkaufe sie für zwei Euro, von dem einen Prozent lebe ich. Das ist also, da sehen Sie, die bringen es dann auch irgendwie weit und kommen durch, obwohl mit Prozentrechnung sie es nicht haben. Aber tendenziell ist es so, dass Intelligenz Einkommen schafft. Wenn es anders wäre, dann wäre unsere ganze Zivilisation auf der falschen Grundlage aufgebaut. Unsere Zivilisation, unser Fortschritt lebt davon, dass intelligente Menschen Produktivitätsfortschritt schaffen. Und dieser Zusammenhang bedeutet, wenn Sie systematisch Leute mit niedriger Bildung und niedrigem Einkommen in die Politik reinziehen, wenn da ein überproportionaler Anreiz besteht, dass Sie eben nicht die Intelligentesten da reinbekommen. Das ist leider zwingend. Ich bin dafür auch sehr angefeindet worden. Wenn wir intelligenten Menschen würden auf dem Markt bleiben, um etwas richtig Großes zu machen. Das heißt, in der Politik finden wir eher Leute, die dem nicht entsprechen. Und nehmen Sie zum Beispiel das Thema Digitalisierung. Wenn Sie sich anschauen, die Politik macht sich ständig das Thema zu eigen, obwohl sie da gar nichts verloren hat. Das ist ja Chefsache hier in Deutschland. Chefsache der Kanzlerin. Digitalisierung, Datenautobahnen, KIs, alles Chefsache. Wer hat auch 18 Jahre dazu gebraucht? Das ist jetzt seit 13 Jahren Chefsache. Und wo stehen wir? Auf den Ringen XYZ in den internationalen Leak-Tables, was das ganze Thema angeht. Warum? Weil natürlich die Politik davon keine Ahnung hat. Und wenn eine Ahnung hätte, dann wäre die Politik das Letzte, wo er reingeht, weil er in der freien Wirtschaft das X-Fache bekommt für sein Wissen und sein Können. Deswegen sage ich, die Politik soll sich eigentlich aus dem Thema raushalten. Aber das tut sie natürlich nicht. Im Gegenteil. Sie drängt da rein und erzählt uns allen, dass es besser könnte als der Markt. Was ein großer Irrtum ist. Und das zweite Problem mit dem Rückgrat, das hat natürlich auch einen ökonomischen Hintergrund. Der ökonomische Hintergrund ist der Mechanismus der Karriere in der Politik. Wenn sie in der Politik Rückgrat zeigen und mal falsch abstimmen gegen die Fraktionsdisziplin, insbesondere bei wichtigen Dingen wie der Euro-Rettung, dann ist ihre Karriere zu Ende. Das war es dann. Das war es dann. Und deswegen schaffen diejenigen, die zu viel Rückgrat haben, es nicht ganz nach oben. Rückgrat ist ein Karrierehindernis in der Politik. Also nur die Rückgratlosen marschieren. Die Rückgratlosen laufen durch. Und wenn sie es dann noch mit Inkompetenz kombinieren können, super. Das ist unser politisches, ökonomisches Problem. Ein politökonomisches Problem. Und mit der politischen Klasse, die sich daraus rekrutiert, werden wir in Zukunft keinen Staat mehr machen können, aus einem ganz einfachen Grund. An der ökonomischen Krise, die da vor uns steht, wird diese politische Klasse scheitern. Und zwar krachend. Und weil diese politische Klasse ja eine parteienpolitische Klasse ist, werden die Parteien mit ihr scheitern. Und dann ist die Frage, was ist eigentlich gewollt im Grundgesetz? Ist eigentlich der Parteienstaat so gewollt vom Grundgesetz? Im Grundgesetz steht, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit. Da steht nicht, der Staat ist die Beute der Parteien. Dazu kommt natürlich, dass dieses Selbstverständnis, dass die Parteien diesen Staat regieren und der Wähler ab und zu mal irgendwie mit dem Kopf nicken darf. Und dass man es als Unbotmäßigkeit betrachtet, wenn der Wähler mal nicht mehr so mit dem Kopf nickt, wie er das jahrzehntelang gemacht hat. Das ist dann Populismus. Dass man im Grunde genommen dieses Selbstverständnis der Macht hat, das dann an den Problemen auch krachend scheitern wird. Ich glaube, wir werden dieses Parteiensystem scheitern sehen. Und wir werden uns dann fragen müssen, was soll denn danach kommen? Und da sage ich, mehr Schweiz und weniger Berlin. Mehr Subsidiarität, mehr Volksabstimmungen. Es steht auch im Grundgesetz, das Volk, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und das Volk übt diese Staatsgewalt aus in Wahlen und Abstimmungen. So steht es im Grundgesetz. Aber von Abstimmungen haben wir seit 1949 praktisch außer unbedeuteten Regionalereignissen. Wenn mal in Bayern über die Bienen abgestimmt wird, nichts gesehen. Wir dürfen im Internet abstimmen, so lose über die Sommerzeit, weil das dem Herrn Juncker eingefallen ist. Also bedeutungsloser Unsinn wird dem Wähler vorgelegt. Und natürlich wird es da auch ignoriert, weil der Wähler natürlich weiß, dass es bedeutungsloser Unsinn ist. Aber die wichtigen Themen nicht. Den Höhenflug der Grünen, ist das eine Verzweiflung von vielen Bürgern, die einfach nicht mehr wissen, was sie mit den anderen anfangen können? Nein, den Höhenflug der Grünen, den halte ich einfach für das Ergebnis einer groß angelegten Propagandakampagne. Und ich sage mal, das ist im Grunde genommen ein Verdummungsschock, der da über das... Gerade die jungen Leute. Gerade auch über die jungen Leute kommt. Ich meine, wenn man sich das Hauptthema anschaut, man hört ja nur noch Klima, Klima, Klima. Und die heilige Schutzpatronin des CO2 aus Schweden. Da wird die zu einer Prophetin befördert von Frau Göring-Eckardt. Und da kann ich mich nur fragen, was gab es da zum Frühstück eigentlich? Was wird da ins Essen gemischt? Wenn also jemand da von Prophetie redet, wenn selbst ein Bischof in Berlin die Schulschwenzpartys mit dem Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag vergleicht, selbstexkulpierend hinterher schieben, da sagt er, ich wollte ihn natürlich nicht mit Jesus vergleichen. Aber da muss man vorher nachdenken, bevor man so einen Satz in die Welt setzt. Das ging an mir vorbei. Also wenn ein solches Maß an Verdummung durch die Medien getrieben wird, dann ist natürlich ein gewisser Teil der Bevölkerung dafür empfänglich. Und vor allen Dingen, wir sehen ja, was ist die Wählerwanderung? Das kommt ja nicht irgendwo her, sondern das ist Fleisch vom Fleische der SPD, das darüber gelaufen ist. Das heißt also, innerhalb der linken, des linken politischen Spektrums, gab es hier eine Verschiebung von traditionell links zu rot-grün. Denn im Grunde genommen ist ja alles, was an Lösungen von den Grünen angeboten wird, ist ja eigentlich rot. Das ist alles Planwirtschaft. Alles Planwirtschaft. Das ist übrigens ein interessantes Phänomen. Wir haben also gesehen, dass bei der Frage der Produktion und des Wohlstands irgendwann mal sich durchgesetzt hat eigentlich die Erkenntnis, dass der Markt der Planwirtschaft überlegen ist. Auch wenn unsere Politik im Moment an allen Fronten aus Dummheit das Gegenteil tut. Aber eigentlich ist es ein Gemeinplatz. Jeder weiß, dass der Markt der Planwirtschaft überlegen ist. Denn sonst hätte die Sowjetunion den Kalten Krieg gewonnen. Jetzt haben wir ein neues, großes Problem erkannt. Ob es jetzt wie groß es ist, kann man darüber streiten. Aber sicher ist der Umweltschutz ein Thema, das geregelt werden muss in irgendeiner Weise. Und dieses große neue Thema, dass wir sagen, die Umwelt ist uns wichtig, das vertrauen wir jetzt ausgerechnet dem gescheiterten Konzept der Planwirtschaft an, statt uns marktwirtschaftliche Konzepte dafür zu suchen. Das ist nicht logisch. Und auch von Anfang an zum Scheitern verurteilt werden. Es kann nur scheitern. Und dann führt man im Prinzip, wenn man mal marktwirtschaftliche Ansätze fährt, führt man sie als Absurdum. Klassisches Beispiel CO2-Handel. Also man hat einen Handel eingeführt für CO2, hat gesagt, wir kleben ein Preisschild dran und der bildet sich am Markt. Und wenn die Nachfrage nach CO2-Emissionen hoch ist, dann steigt der Preis und dann werden sich die besten Technologien, die das absenken, durchsetzen. Und das Konzept ist auch stimmig. Wenn man also CO2 senken will, da kann man jetzt darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, will ich gar nicht sozusagen präjudizieren. Aber wenn man das machen will, dann ist das der richtige Weg. Was macht man dann? Also man führt also diese CO2-Geschichte ein und anschließend setzt man in Deutschland eine Energiewende obendrauf, die planwirtschaftlicher Natur ist und zwingt die Energieversorger beispielsweise über Subventionen und über Einspeisungsvergütungen und was es da alles gibt, ihre Kohle- und Gaskraftwerke abzuschalten und Wind und Sonne zu nehmen. Das führt natürlich dazu, dass eine ineffiziente Energiequelle sich durchsetzt, die zwar CO2-frei ist, aber was heißt denn das? Es wird weniger CO2-Verbrauch quasi von der Energiewirtschaft nachgefragt. Der Preis dieser CO2-Zertifikate fällt, weil die Deutschen weniger nachfragen. Und weil er fällt, wird dann außerhalb Deutschlands mehr CO2 erzeugt. Das ist eine kompensierende Geschichte. Also in Frankreich, Italien und sonst wo bedeutet das, es ist billiger, weil wir ja in einem marktfremden Eingriff es billig gemacht haben. Anschließend schwafelt man von Marktversagen, das war kein Marktversagen. Man hat in den Markt mit der Energiewende eingegriffen, mit einem staatlichen Mechanismus. Und dann sagt man ja, jetzt ist die CO2 zu billig, die CO2-Erzeugung ist zu billig, die CO2-Zertifikate sind zu billig. Ja, wir haben doch selber dafür gesorgt mit dieser unsinnigen Energiewende, dass sie zu billig sind. Und andere sagen dann ja, wenn ihr Deutschen so blöd seid, mit 100 Milliarden diesen Müll zu subventionieren und wir dann den Vorteil haben, weil CO2 jetzt billig ist, dann nehmen wir den natürlich mit. Ihr könnt ja bei uns den Strom dann einkaufen. Wir liefern euch den. Das passiert ja auch. Das passiert es ja auch. Das heißt also, man denkt nicht für 50 Cent nach, was die Wirkungen, die Schubstangeneffekte dieser Politik sind. Man macht es einfach. Und man erzeugt dann im Prinzip die Illusion, der Staat könnte mit Planung und mit Verboten, der Spitzname des grünen Parteiprogramms, die 10 Verbote. Mit Verboten irgendwie das alles regeln. Mose kam vom Berg Sinai herab und sprach die 10 Verbote aus. Ja, genau. Also die 10 Verbote. Nicht die 10 Geboten, sondern die 10 Verbote. Wobei, mit 10 haben sich die Grünen ja noch nie begnügt. Sie müssen eigentlich noch drei Nullen dranhängen. Ich würde jetzt gerne in das Thema noch weiter reingehen. Aber wir haben ja noch ein paar Schwäne, die wir jetzt hier mal kurz erkennen müssen. Also diese Energiewende ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen. Vielleicht schaffen wir es nochmal, das genau aufzutröseln. Bestimmt. Dritter Schwan, der in Ihrem Buch ist das Verschwinden der großen Unternehmen. Also sprich diese nicht anpassungsfähigen großen Gebilde, die sich eigentlich in ein Politikum verwandelt haben, sich dadurch vom Eigentum entfernt haben. Können Sie das kurz zusammenfassen vielleicht? Es ist weniger die Größe, die das Problem darstellt. Es ist die Rechtsform, die das Problem darstellt. Und die Rechtsform ist wiederum als Ergebnis einer politischen Entscheidung, nämlich das Aktienrecht so zu gestalten, wie man es gestaltet hat. Es geht um die Aktiengesellschaft konkret. In der Aktiengesellschaft, die unserem Aktienrecht ja unterliegt und dementsprechend auch die Art und Weise, wie sie geführt und regiert und verwaltet wird, sich aus dem Aktienrecht speist, haben Sie die Situation, dass es eine Abtrennung von Eigentum und Kontrolle gibt. Sie haben eine Managementkaste, wenn Sie so wollen. Eine Managerkaste, die die Verfügungsgewalt über die Assets in den Aktiengesellschaften hat. Und Sie haben die Eigentümer, die diese Verfügungsgewalt an die Manager übergeben haben und deren Kontrollmöglichkeiten stark begrenzt sind. Sie sind deswegen begrenzt, weil zwischen dem Eigentümer und der Hauptversammlung oft mehrere Stufen liegen. Das sind Investmentfonds, das sind Lebensversicherungen, das sind Pensionskassen. Denen die Aktien gehören, das sind ETFs. Dann sind Schachtelbeteiligungen, es geht durch mehrere Stufen. Also der einzelne Aktionär hat auf der Hauptversammlung keine Bedeutung. Das heißt, die Kontrolle des Managements findet statt durch andere Mitglieder der Managementgruppe, der Managerkaste. Es wird also eine Abtrennung von Eigentum und Kontrolle durchgeführt, durch die Gestaltung des Aktienrechts und durch die Gestaltung unseres Investitionsverhaltens und Kapitalmarkts, der aber auch wieder gesteuert ist von dem zugrunde liegenden Rechtskonstrukten und damit von politischen Entscheidungen. Und diese Trennung von Eigentum und Kontrolle führt dazu, dass das Unternehmertum abstirbt. Und zwar deswegen, weil natürlich der Manager, der wird ja nicht dafür bezahlt, dass er unternehmerisch ist. Der wird vor allen Dingen nicht dafür bezahlt, dass er sich auch mal irrt. Das heißt, der Manager, der tut im Kleinen, das was die Politik im Großen macht, der unterdrückt die Volatilität. Der möchte bloß keine Unfälle haben. Also Unfälle sind schlecht. Unfälle kosten nämlich die Karriere. Und zwar egal wo auf dem Weg von ganz unten nach ganz oben. Der Manager steigt unten ein, auf der Karriere, nach der Universität geht er in die Karriereleiter und dann steigt er auf. Der steigt nicht dafür auf, dass er das Beste für den Eigentümer macht. Der steigt dafür auf, dass er das Beste für seinen Vorgesetzten macht. Und wenn er ganz oben angekommen ist, dann bleibt er da oben dafür, dass er das Beste für sich selbst macht. Und das Beste für sich selbst ist nicht das Gleiche wie das Beste für den Eigentümer. Das Beste für sich selbst ist Risikovermeidung und das Beste für den Eigentümer wäre eigentlich kluge Risikonahme und Versuch und Irrtum im unternehmerischen Sinne. Denn nur das Unternehmertum, und dazu gehört eben Versuch und Irrtum. Ist in der Lage, Neues zu schaffen, Innovation zu schaffen, neue Produkte zu erzeugen. So, das bedeutet, die Rechtsform der Aktiengesellschaft unterdrückt das Unternehmertum. Sie bürokratisiert die Unternehmen. Und deswegen sind sie nicht in der Lage, in einer immer schneller galoppierenden, sich verändernden Welt, in der digitalen Revolution, in der Biotechnologie-Revolution und so weiter, da mitzuhalten. Und so ist es auch eigentlich schon seit Jahrzehnten. Wenn Sie sehen, wo werden denn Arbeitsplätze geschaffen? Konzerne sind super darin, Unternehmen aufzukaufen, anschließend schlank zu machen, zu integrieren, zu zerschlagen, zu filetieren und in Prozesse, in existierende Großprozesse einzugliedern, verwaltungsartiger Natur. Dadurch werden auch noch ein paar Effizienzen rausgekitzelt. Das stimmt tatsächlich. Ja, damit überleben die. Aber neue Arbeitsplätze schaffen die nicht. Neue Arbeitsplätze schafft der Mittelstand. Wenn eine Firma kauft, irgendeine andere Firma auf, dann weiß ich genau, gibt es wieder 10.000 neue Arbeitsplätze. Also neue Arbeitsplätze schafft der Mittelstand. Die innovativen, kleinen Firmen schaffen neue Arbeitsplätze. Dort ist das Lebensblut einer Ökonomie. Und das gilt auch für Deutschland. Alle Staaten, die auf Großunternehmen setzen, fallen wettbewerbstechnisch deswegen im Lauf der Zeit zurück. Das ist eine Einsicht, die eigentlich jeder hat, der sich schon mal mit dem Thema Industriepolitik auseinandergesetzt hat, außer unserem Bundeswirtschaftsminister, der glaubt, durch Industriepolitik und National Champions und dem künstlichen, von der Politik ausgewählten Unterstützen von National Champions, das ist so eine französische Krankheit by the way, irgendwie einen Blumentopf gewinnen zu können. Das nennt er dann auch noch Marktwirtschaftspolitik oder er beruft sich auf Erhard dabei. Das ist ja nachgerade, als würde sich, keine Ahnung, Stalin auf Jesus berufen. Also man eine komplett gegen die marktwirtschaftorientierte Politik ins Leben ruft und sich dann auf den Vater der Marktwirtschaft beruft. Der kann nur von Glück reden, dass Erhard nicht mehr da ist, um ihm die Leviten zu lesen. Was heißen das in Zahlen? Wie viele von den ganz großen Unternehmen werden denn in den nächsten Jahren dann den Exitus machen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn ich das wüsste, dann würde ich jetzt ein schönes Portfolio aus Short und Putz, aus Short gehen und Putz konstruieren und demnächst an den Bahamas liegen. Leider bin ich dazu nicht in der Lage. Aber ich sehe die Rechtsform der AG grundsätzlich als problematisch. Und ich glaube, wenn wir diese Strukturen erhalten oder zukunftsfähig machen wollen, dann müssen wir über eine gründliche Form des Aktienrechts nachdenken. Und wir müssen über neue Unternehmensformen nachdenken, die diese Trennung zwischen Eigentum und Kontrolle überwinden oder wenigstens die Distanz kleiner machen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir große Unternehmen, immer mehr große Unternehmen an der schnellen Veränderung, an der Geschwindigkeit der Veränderung scheitern sehen. Aber mit unserem politischen Personal wird diese Veränderung auch nicht umzusetzen. Na gut, wie immer ist es so, dass man in unserem System darauf wartet, dass die Politik mal die Initiative ergreift, was nicht passieren wird. Ich glaube, was passieren wird, ist, dass international, global mit neuen Formen experimentiert wird. Und dass sich das dann irgendwann durchsetzt und dann werden sich erfolgreiche Modelle über den Globus verbreiten. Die werden nur nicht aus Deutschland kommen, so wie es sich hier aufstellt. Ich weiß schon, wo das hinführt alles. Uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich versuche es ein bisschen einzufangen. So gern ich das schätze, mit Ihnen da einzutauchen. Der vierte Schwan, der interessiert mich technisch oder insgesamt am meisten. Sie haben das genannt, Technogeddon durch Quantencomputing. Das ist natürlich abgeleitet von dem Wort Armageddon, das Wort Technik. Sprich, die Quantentechnologie, die unmittelbar vor der Tür steht, wird alles auf den Kopf stellen. Warum glauben Sie, dass das sein wird? Ich glaube, das ist eine Frage von Rechenkapazität. Wir haben die Technologie, mit der wir diese digitale Revolution angestoßen haben, nämlich Transistoren auf Mikrochips immer enger zu packen, die haben wir mehr oder minder ausgereizt. Die neueste Computergeneration, also neueste Chipgeneration, die sogenannte 7-Nanometer-Generation, da haben die einzelnen Elemente auf dem Chip nur noch weniger Atomeabstand voneinander. Weniger geht nicht. Weniger geht nicht, weil irgendwann mal, woraus wollen Sie es denn bauen? Und dann ist es auch so, wenn die Abstände zu klein werden, dann treten nicht geplant und nicht vorgesehene quantenmechanische Effekte auf, Überschlags- und Tunnelingreaktionen und was weiß ich nicht alles. Das ist also nicht mehr so richtig so tollsteuerbar. Also die Halbleiter der Technologie ist... Das kommt jedenfalls in der Zweidimensionalität, kommt das jetzt an seine Grenzen. Da kann man hier und da noch ein bisschen ausreizen durch Architekturfragen und das wird auch alles gemacht und durch neue Materialien und so weiter. Also man denkt auch darüber nach, dreidimensional zu werden, aber am Ende ist es so, dass das Ding sozusagen so ziemlich an seinen Lebenszyklus kommt. Das ist auch nicht das erste Mal. Also die Informationstechnologie hatte ja schon sehr viele Lebenszyklen. Kurzweil hat das wunderbar rausgearbeitet in seinem Buch Homo Sapiens, wo er über die Singularität schreibt. Es gab mal erst die Mechanik, dann gab es die Relais, dann gab es die Röhren, dann gab es die Transistoren, dann gab es die Chips. Jedes Mal, wenn die an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angekommen waren, gab es eine neue Technologie. Und so wird es auch diesmal wohl sein. Denn die Technologie, die ist ja schon da, die existiert ja schon. Es gibt ja schon die ersten Quantencomputer. IBM hat schon den zweiten Quantencomputer online gestellt. Der erste hatte fünf Qubits, der neue hat jetzt 20 Qubits. Qubits sind sogenannte Recheneinheiten, die also Quanteneinheiten sind. Ich will jetzt nicht auf die physikalischen Details angeht, aber das ist der Maßstab, der die Leistungsfähigkeit eines solchen Rechners definiert. Und das Interessante daran ist, dass die Rechenkapazität, die so ein Computer hat, einer Formel folgt, die lautet zwei Hochanzahl der Qubits. Also wenn Sie ein Qubit haben, dann ist es zwei hoch eins. Das heißt, die Rechenkapazität beträgt zwei. Zwei Einheiten pro Iteration, wenn Sie so wollen. Wenn Sie 20 Qubits haben, dann ist es schon zwei hoch 20, also zwei mal zwei mal zwei mal zwei, 20 mal mit sich selbst multipliziert. Da sehen Sie, da kommt schon eine relativ große Zahl raus. Ich glaube, es dürften so etwa drei Millionen sein, wenn Sie zwei 20 mal mit sich selber multiplizieren. Sie sehen, das steigt steil an. Und jedes einzelne Qubit, was Sie da addieren können, was jedes Mal eine technologische Herausforderung ist, erhöht oder verdoppelt die Rechenkapazität des Systems. Das ist wie die Rechnung mit den Reißkanern auf dem Schachbrett. Das ist das Schachbrett und am Ende des Schachbretts, nur dass wir hier nicht am Ende des Schachbretts ankommen, unser Schachbrett hat nicht 64 Felder. Unser Schachbrett hat eigentlich theoretisch unbegrenzt viele Felder. Und wenn Sie, ich habe das mal als Rechenexempel in dem Buch aufgenommen, wenn Sie 330 Qubits haben. Dann darf ich die Zahl nehmen, dann haben wir insgesamt Rechenoperationen pro Sekunde eine Trilliarde mal mehr, wie es Atome im Universum gibt. Also nicht Atome auf der Erde, oder Sandkörner auf der Erde, sondern alle Atome, alle Sterne, alle Sternensysteme, alle Milchstraßen mal eine Trilliarde. Das ist die Rechenkapazität. Pro Sekunde. Also pro Iteration, wie viele Sie pro Sekunde durchführen können, ist dann noch die zweite Frage. Also das ist eine ziemlich große Zahl. Kann ich mir gar nicht die andere Seite vorstellen. Das ist jedenfalls außerhalb der menschlichen Vorstellungskraft. Das Problem dieser großen Zahl ist natürlich, einerseits ist das ein gigantisches Versprechen, weiß der Himmel, was für Erkenntnisse wir aus einer derartigen Rechenkapazität gewinnen. Andererseits ist es natürlich so, dass unsere gesamte Verschlüsselungstechnologie darauf beruht, dass eine solche Rechenkapazität gar nicht existiert. Also alle Systeme, die wir haben, also ob das Ihr iPhone ist, Ihr Laptop oder Ihr Bankkonto, Ihre Krankenversicherung, Ihre anderen Versicherungen, die Sie haben. Der NSA-Computer. Der NSA-Computer, die Geheimdienste, die Verteidigungsministerien, Fluglinien, einfach alles. Alles ist geschützt durch kryptografische Methoden, die darauf beruhen, dass wenn Sie nur genug Rechenkapazität haben, wenn Sie den Schlüssel oft genug ausprobieren können, dass Sie das System brechen können. Und die Rechenkapazität, die der Quantencomputer zur Verfügung stellt, die bricht jedes System, das heute existiert, weil das geht in 0,0 gar nichts. Natürlich stellt der Quantencomputer auch neue Verschlüsselungsverfahren zur Verfügung, die dann mit Quantencomputer nicht mehr gebrochen werden können. Unser Problem liegt also nicht darin, dass der Quantencomputer überhaupt existiert, sondern unser Problem liegt darin, dass eine Asymmetrie entstehen kann. Also, dass einer ihn hat und der andere ihn nicht hat. Wenn einer ihn hat oder einen besonders leistungsfähigen hat, den alle anderen nicht hat, dann ist für den einen, der den Vorsprung gewinnt, sozusagen, da sind alle Tore offen. Sesam öffnet dich. Und zwar alle Sesams auf der Welt, alle IT-Sesams, alle Banken, alle Versicherer, alle Regierungen, alle Geheimdienste. Also wollen alle diese einen Computer haben jetzt. Einer, der den hat und der leistungsfähiger ist als alle anderen, der kann da im wahrsten Sinn des Wortes, um den militärischen Begriff zu gebrauchen, einmarschieren. Der kann da nicht nur reingehen und alles lesen. Der kann auch die Verkryptung ändern, der kann dem rechtmäßigen Eigentümer den Zugang verweigern. Er kann ihn abhängig machen von Wohlverhalten oder von Bezahlungen oder sonst was. Also er hat im Grunde genommen, der Erste, der ihn hat, wenn der also bösen Willens ist und sich nicht an die Spielregeln des alten Systems halten möchte, dann schafft er neue. Und ist das jetzt Science Fiction? Ist das in 20 Jahren soweit oder in zwei Jahren? Das ist schwer zu sagen. Also ich war in dem Buch relativ vorsichtig und hab gesagt, na, wir haben jetzt diesen IBM Computer, der existiert schon, der hatte damals fünf Qubits. Und wenn wir jetzt sagen, wir steigern die Zahl jedes Jahr um zehn Prozent, dann hätten wir so um dieses Jahr 2060, hätten wir so 330 Qubits, dann hätten wir also diese gigantische Kapazität. Wir haben aber, seitdem ist ein Jahr rumgegangen und der Satz war eigentlich nicht um zehn Prozent gesteigert, sondern um 400 Prozent, nämlich auf 20 Qubits. Also der nächste Computer, den IBM jetzt gebaut hat, und die sind nicht die einzigen, die da dran bauen, da gibt es sicher auch noch andere, die da dran forschen, der hat jetzt schon 20 Qubits und nicht 5,5 oder 6. Das heißt also, Komma gibt es da eh nicht, es gibt immer nur ganzzahlige, aber das heißt die Entwicklung möglicherweise geht viel schneller, als man sich das so denkt. Oder als ich mir das vielleicht ausgemalt habe, als ich das Buch geschrieben habe vor knapp über einem Jahr. Sie sagen ja, das steht in den Zwanzigerjahren vor der Tür. Also ich würde mal vermuten, wenn man die Geschwindigkeit der Entwicklung anschaut, dann wird das irgendwann in den Zwanzigerjahren passieren, dass wir da uns mit dem Problem auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir jetzt einen marktwirtschaftlichen Suchprozess initiieren, wie man sich gegen dieses Problem wappnen kann, wie man Datensicherheit herstellen kann im Zeitalter des Quantencomputers. Und dass der kommen wird, halte ich für abgemachte Sache. Und da wir wissen, wie die Technik aufgenommen wird in der Welt, dass die Technik unser Leben so drastisch verändern wird, wir sehen nur, wie die Entwicklung des Smartphones, was da alles passiert ist, kann die Technik natürlich auch die ganze Welt auf den Kopf stellen. Das wird so sein. Also der Wettlauf um diese Technologie ist auch ein Wettlauf um die künstliche Intelligenz, denn eine wirkliche künstliche Intelligenz wird ohne diese Technologie gar nicht erzeugbar sein. Das ist immer nur eine Scheingeschichte. Und wer den gewinnt, auch andere Nationen sind auch ganz offen in dem, was sie kommunizieren, die sagen, das ist der Kampf um die digitale Weltherrschaft, dieser Wettlauf. Das ist ein Rüstungswettlauf im Digitalen. Wow, da könnte ich eine ganze Sendung mit Ihnen machen, jetzt alleine über das Quantencomputing. Aber kommen wir zu dem letzten schwarzen Schwan, der wahrscheinlich auch mit der schwierigste ist oder auch der krasseste, sage ich jetzt mal. Es geht um das geopolitische Vakuum, auf das wir uns eigentlich mit Lichtgeschwindigkeit zubewegen. Sie sehen da die größte Gefahr, das wird jetzt vielen Leuten wieder Augenbrauen hochziehen, in der islamischen Übernahme von Europa. Also ich sage mal so, so würde ich es nicht bezeichnen, islamische Übernahme von Europa, sondern es gibt ein Konzept, das zu tun. Die Frage, ob das erfolgreich sein wird, ist noch eine ganz andere. Aber das Problem, dass es dieses Konzept gibt, es zu tun, bei den Muslimbrüdern, auch mit Unterstützung von Herrn Erdogan, der die Muslimbrüder massiv unterstützt, auch ihren Gruß zeigt und dass man dort Einwanderung und Demografie als Mittel und Weg betrachtet, um Europa kulturell zu verändern, diese Strategie existiert. Und dann ist die Frage... Was sagen Sie zu den Leuten, die Ihnen sofort Populismus vorwerfen in dem Moment und ist das einfach... Man kann ein Problem, man kann auf zwei Arten und Weisen über ein Problem diskutieren. Man kann es verneinen und demjenigen, der es vorträgt, sagen, das ist Populismus oder gar Rassismus, da ich selbst ja, meine Familie ist ja auch nicht so ein Bio-Deutsch, sondern ich bin mit einer Türkin verheiratet und ich müsste ja Rassist gegen meine eigenen Kinder sein, wenn dieser Vorwurf sozusagen kleben bleiben würde. Man kann also, man kann ein Problem auf die Weise diskutieren, dass man es tabuisiert oder man kann ein Problem auf die Weise diskutieren, dass man es zerlegt in seine Bestandteile und versucht es zu verstehen. Und mein Petitum ist ja nicht zu sagen, wir dürften keine Einwanderung mehr haben oder wir dürften keine anderen Kulturen tolerieren, das ist ja alles Unsinn, das geht ja in dieser globalisierten Welt überhaupt nicht. Sondern die Kernfrage ist, wie managen wir eine Entwicklung, die da ist. Und diese Kernfrage, wie wir das managen, da sage ich, da machen wir alles falsch, was wir falsch machen können. Und zwar aus einer geopolitischen Ignoranz und aus einer wirtschaftspolitischen Ignoranz. Die wirtschaftspolitische Ignoranz ist, dass wir es nicht so machen wie die Kanadier oder die Australier, die sagen, Einwanderung ist super. Vor allen Dingen, wenn die Leute qualifiziert sind. Sollen sie doch bitte alle kommen, dann bereichern sie uns, denn die Ausgebildeten, Fleißigen, die werden sich immer integrieren. Und die bereichern uns auch im positiven Sinne, weil sie uns neue Dinge zeigen können, von denen wir auch gewinnen. Da integriere ich mich auch dann gerne rein in neue, tolle Dinge, die uns voranbringen als Gesellschaft. Oder, dass ich das Gegenteil mache und sage, darauf achte ich eben nicht, sondern ich mache Migrationspolitik quasi als, ja wie soll ich sagen, als karitative Geschichte. Das heißt, ich hole alle zu mir, die ich eigentlich genau am anderen Spektrum finde, die Kanada und Australien nicht aufnehmen will, weil sie eben nichts mitbringen. Und dann bekomme ich eine Einwanderung, die ein Problem hinsichtlich der kulturellen Integration darstellt. Und wenn ich auf der anderen Seite dann Akteure habe, und die Muslimbrüder sind solche Akteure, die die Immigration nach Europa von möglichst vielen Muslimen, die eben den Willen haben, sich nicht zu integrieren und denen auch aufgegeben wird, sich nicht zu integrieren. Erdogan sagt ja, Integration und Assimilation sei Völkermord. Das ist ja also, die Begrifflichkeit kam da ja schon, dass man sagt, das ist ja ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder so. Ja, also Integration und Assimilation in ein aufnehmendes Gastland sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dann hat man natürlich das Problem, dass man Nebenkulturen schafft, die nicht mehr miteinander kompatibel werden können. Und dann schafft man Friktionen. Und wenn man dann Demografien gegeneinander vergleicht und sagt, okay, wir haben eine demografische Gruppe, die sehr schnell wächst und eine andere, die sich nicht mehr reproduziert, dann wird es zu demografischen Verschiebungen führen. Und die wird unweigerlich in Spannungen münden. Es ist illusorisch zu glauben, dass es nicht in Spannungen mündet. Und dann ist doch die Frage, wie gehen wir damit um? Ich glaube nicht, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind, indem wir das Problem ignorieren. Es wird tabuisiert. Es wird tabuisiert. Und das Ergebnis ist, dass Ressentiments dadurch überhaupt erst erzeugt werden, die man vorgeben will, zu vermeiden. Also in dem Moment, wo ich etwas tabuisiere und den Diskurs unterdrücke, dann beseitige ich ja nicht die Ursache der Diskursnotwendigkeit, sondern ich sorge dafür, dass der Diskurs nicht mehr geeignet ist, um alle an Bord zu holen und den gesellschaftlichen Konsens herzustellen. Sondern man tabuisiert und dadurch, dass der gesellschaftliche Konsens nicht mehr hergestellt werden kann, die Probleme aber gleichzeitig für jedermann immer sichtbarer werden, erzeugt man bei einem immer größeren Teil der Bevölkerung genau die Ressentiments, die dann tatsächlich rassistisch sein können. Und das kann ja wohl nicht das sein, was wir wollen. Also das Ergebnis ist nämlich, dass dann die gut Integrierten und dass die, die hier ins Land gekommen sind und sich gut integrieren, die trotzdem noch ihre eigenen kulturellen Eigenheiten auch leben, man kann es auch als gut integrierter Einwanderer tun, seine eigenen kulturellen Eigenheiten bewahren, dass die dann sich anfangen, nicht mehr wohlzufühlen, weil die werden dann auch zum Gegenstand von solchen Ressentiments. Das heißt also, wir treiben mit einer Tabuisierung eigentlich den Keil in die Gesellschaft, den wir angeblich vermeiden wollen. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Dadurch entsteht natürlich aber auch, und dadurch kommen wir jetzt zurück auf das zweite Problem, die Geopolitik. Wenn wir unsere innere und äußere Sicherheit in der Weise vernachlässigen, wie wir das machen und wenn wir gleichzeitig einen Akteur haben in der Türkei, der sagt, ich will eigentlich das Neo-Osmanische Imperium haben. Also das wird dort ja ganz offen diskutiert. Da gibt es ja Minister, die da ganz offen sagen, dieses Land war mal türkisch und sollte es wieder sein und jedes Gebiet war mal türkisch und sollte es wieder sein. Und wenn Herr Erdogan nach Griechenland reist zum Staatsbesuch und sagt, er möchte den Vertrag von Lausanne in Frage stellen, ausgerechnet beim Besuch in Griechenland. Man muss wissen, der Vertrag von Lausanne legt die Grenzen zwischen Griechenland und der Türkei fest. Dass dann natürlich die Freude auf der griechischen Seite begrenzt ist, das ist ja wohl verständlich. Also man hat dort ein geopolitisches Design entwickelt, das nicht durchsetzbar ist, ohne über die Interessen anderer Länder und auch über ihre territoriale Integrität hinweg zu gehen. Deswegen agiert beispielsweise die Türkei in Nordsyrien so, wie sie es tut. Völkerrechtswidrig, wird einfach einmarschiert, werden Leute über die Grenze geschickt mit Waffen, mischt man sich in den Bürgerkrieg ein, an dessen Entstehung man möglicherweise auch nicht völlig unbeteiligt war. Und das Ergebnis ist eine geopolitische Spannung. Und wir bereiten uns nicht darauf vor, dass diese geopolitische Spannung für uns zu realen Sicherheitsproblemen führen kann. Aber erinnern Sie sich die völlige Ignoranz unserer politischen Entscheidungsträger gegenüber diesen Entwicklungen und diesen Planungen auch. Also wenn ich das politische Berlin beobachte, ist genau das Gegenteil der Fall, dass also das sogar noch gefördert wird. Ja, es ist im Grunde genommen, glaube ich, eine Mischung aus verschiedenen Elementen. Es ist in der Tat Ignoranz. Die Politik lebt ja nicht nur abgeschirmt vom kleinen Mann. Da gibt's das ganze Thema abgeschirmte Gebäude. Da gibt's das ganze Thema Leibwache. Die Politik hat ab einem bestimmten Level diese ganzen Probleme, mit denen der Normalbürger sich rumschlagen muss, ja überhaupt nicht mehr vor Augen. Das zweite Thema ist, die Politik versucht, schlechte Bilder zu vermeiden, wo immer sie kann. Sie kann sie aber oft nicht vermeiden, sondern nur in die Zukunft verschieben. In dem Fall entscheidet sie sich dafür, sie in die Zukunft zu verschieben. Und dann muss sie sie in der Zukunft zwar hinnehmen, aber erst mal hat sie sie vermieden. Und das schlechte Bild, das man vermeiden wollte bei dem Thema Immigration war, dass man die Leute an der Grenze abweisen muss. Das hätte natürlich ganz hässliche Bilder gegeben. Ja, dann wären Kinder in die Höhe gehalten worden und ich weiß nicht was alles, also es ist ja leicht, die entsprechenden Bilder zu produzieren, die die Menschen schockieren. Und dann hätte man natürlich dem rational entgegenhalten können, ja, wir sollten das Geld, das wir hier ausgeben, wenn wir das vor Ort ausgeben, an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien, dann können wir zehnmal so viele Menschen helfen, mindestens zehnmal so viele Menschen helfen, als wenn wir sie ja alle aufnehmen und dort diese Kosten hier im Lande dann erzeugen. Das heißt also, was wir machen ist, um die schlechten Bilder zu vermeiden, nehmen wir lieber in Kauf, dass weit, weit weg 90 Prozent der Menschen noch viel schlimmere Bilder erzeugen, aber die kommen hier nicht an. Und zehn Prozent der Menschen, die nehmen wir hier auf, obwohl es eigentlich nicht diejenigen sind, die sich hier integrieren können und auch nicht wollen zu einem großen Teil. Ausnahmen bestätigen die Regeln, die gibt es natürlich auch. Die sollten auch weiterhin willkommen sein. Wir sollten nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Also mir ist jeder Einwanderer, egal was die Hautfarbe ist, willkommen, wenn er diese Gesellschaft bereichert durch Fleiß, durch Können, durch den Willen, was beizutragen. Da sollten wir nicht in den falschen Zungenschlag reinkommen hier. Aber dieses Vermeiden schlechter Bilder ist im Prinzip auch ein Ausdruck des Verweigerns des Lernens, des Verweigerns der Volatilität, des Verweigerns, den Irrtum sozusagen als solchen zu akzeptieren und eine Lernkurve hochzulaufen. Die Politik weigert sich, Lernkurven hochzulaufen. Im Rahmen der Wahl jetzt zur Europawahl wurde oft der Vorwurf laut, dass Merkel eigentlich für den Siegeszug der Rechten, wie es so schön heißt, in Europa mitverantwortlich ist. Also, dass das eine Gegenreaktion ist auf die Flüchtlingspolitik der deutschen Regierung. Ersetzen Sie das mit durch Haupt, dann stimmt der Satz. Mit Haupt? Nicht mitverantwortlich, sondern hauptverantwortlich. Hauptverantwortlich, ja. Es hätte diesen Aufstieg rechtspopulistischer Bewegungen nie gegeben in Europa. Und zwar nicht nur in Deutschland ohne diese Politik. Das kann man mit Sicherheit sagen. Es ist sogar wahrscheinlich, dass die Brexit-Abstimmung in Großbritannien anders ausgegangen wäre ohne diese Politik. Das war wahrscheinlich das Zünglein an der Waage, dass die ein oder zwei Prozent sozusagen hier in Richtung Brexit gedreht hat. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes, finde ich, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass das in ganz Europa Reaktionen der Angst ausgelöst hat. Und zwar der rationalen wie der irrationalen Angst. Und dass das den wesentlichsten Beitrag für die aktuelle politische Lage überhaupt geleistet hat. Das hört man natürlich da nicht gern im Lager von Frau Merkel. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese polarisierte Debatte in Europa und in Deutschland hätten ohne diese Entscheidung. Mhm. Ich hätte jetzt natürlich noch tausend Fragen alleine zu Frau Merkel und ihren Beweggründen und so weiter. Gerade in Bezug auf Hintergrundmächte, Bilderberge und so weiter. Aber das können wir jetzt gar nicht aufspannen. Ja, Sie wissen aber ja, ich glaube ja nicht an Verschwörungen, ich glaube an die Inkompetenz. Davon haben wir reichlich. Das ist ein Naturgesetz, glaube ich, auch mittlerweile. Aber ich versuche es mal jetzt ein bisschen zusammenzubringen. Große Verwerfungen stehen vor der Tür. Die von Ihnen genannten Schwäne sind alle da. Also die Zombifizierung der Wirtschaft, das Verschwinden der Parteiendemokratie, das Verschwinden von großen Unternehmen, die technologischen Veränderungen durch die Computertechnik, durch die Quantencomputer und natürlich die ganzen geopolitischen Verwerfungen, die wir auch gerade nochmal skizziert haben. Was, wo gehen wir jetzt damit hin? Also wenn die Leute jetzt dieses Interview anschauen und das Buch vielleicht auch noch in die Hand kriegen und dann damit schwanger gehen mit dem Gedanken, ich habe angefangen, meinen Vorratskeller erstmal wieder aufzustocken. Also das war eine logische Konsequenz, weil wenn Sie sagen 2020 wird es uns jetzt alles um die Ohren fliegen, so what? Was machen wir dann? Können Sie noch einen, haben Sie Hoffnung? Können Sie irgendeinen Gedanken der Hoffnung irgendwie mit in dieses ganze schwere Thema reinbringen, dass wir auch daraus vielleicht gestärkt hervorgehen? Ja, es gibt ja eigentlich zwei Hoffnungen, die man den Zuschauern mitgeben kann. Die eine ist natürlich zu hoffen, dass ich Unrecht habe. Diese kleine, leise Hoffnung, die begleitet sogar mich manchmal. Das Problem ist nur, dass in dem ökonomischen Bereich die Zahlen halt nicht so aussehen. Also ich werde ja regelmäßig gefragt, was machen Sie, wenn das irgendwie nicht kommt? Ich glaube nicht, dass es nicht kommt. Es kann vielleicht ein bisschen später kommen, aber ich glaube nicht, dass es nicht passiert. Da ich Sie kennengelernt habe und weiß, wie Sie argumentieren, habe ich diese Hoffnung leider nicht. Aber die Antwort ist natürlich ganz simpel. Wenn das nicht kommt, dann mache ich eine Flasche Champagner auf und mehr als nur eine. Aber ich glaube, dass wir diese Ungleichgewichte ohne große ökonomische Verwerfungen eben nicht korrigiert bekommen. Das ist die eine kleine Hoffnung, die dann noch da ist. Wir kriegen das auch nicht gemanagt mit dieser politischen Klasse. Es gibt allerdings eine ganz große Hoffnung, die ich hege. Und die liegt darin begründet, dass eine Krise immer auch eine Katharsis ist, eine Reinigung. Und diese Reinigung brauchen wir sowohl in den Köpfen als auch in der Wirtschaft, als auch in unseren Strukturen, in unserer Politik und auch in der Wahrnehmung der Menschen. Und zwar deswegen, weil unsere Wahrnehmung von einer Wohlstandsillusion komplett verzerrt ist. Es ist so, dass Nationen Fieber bekommen können im Grunde genommen. Und ich glaube, dass unsere europäischen Nationen sowas wie ein Fieber haben. Die leben in einer Wohlstandsillusion und glauben, dass man all diesen Unsinn und Blödsinn ungestraft machen könnte. Das kann man aber nicht. Aber der Lerneffekt, der sich dann einstellt, der nährt in mir zumindest die Hoffnung, dass wir eine Chance haben auf einen Lernprozess, auf ein nachgeholtes Lernen, ein gesellschaftliches nachgeholtes Lernen. Denn gesellschaftliche Entwicklung ist ja immer Lernen, ist ja immer ein Evolutionsprozess. Wir haben diesen Evolutionsprozess abgeschaltet, in dem wir uns der Volatilität, der Wahrnehmung des Irrtums und so weiter verweigern. Denn nur Versuch und Irrtum können Lernen erzeugen, also neues Wissen erzeugen. Und wir müssen das nachholen. Und die Krise wird uns dazu zwingen, es nachzuholen. Und das bedeutet, dass wir dann die Chance haben, in einer deutlich freieren, marktwirtschaftlicheren, demokratischeren Gesellschaft aufzuwachen, wenn wir es richtig anpassen. Aber wenn wir es richtig anfassen und wenn wir die richtigen Lehren daraus ziehen. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir wie Phönix aus der Asche entstehen und zwar viel schneller, als die meisten Menschen denken. Wir werden nur wenige Jahre brauchen, um unser altes Wohlstandsniveau nicht nur zu erreichen, sondern bei Weitem zu übertreffen. Aber dazu brauchen wir echte Marktwirtschaft. Dazu müssen wir von der Idee runterkommen, dass überall dort, wo Märkte zu wichtig seien, man sie nicht dem Markt überlassen dürfe. Im Gegenteil. Das Gegenteil ist wahr. Umso wichtiger eine Sache, umso mehr muss man sie vor der Planwirtschaft schützen und nicht vor der Marktwirtschaft. Weil die Planwirtschaft die schlechtere Allokationsmechanik ist und der Markt die bessere, effizientere Allokationsmechanik ist. Ja, weil der Markt die menschliche Freiheit zum Ausdruck bringt. Es gibt allerdings die Gefahr, dass in dem Moment, wo die große Krise kommt, die Agitatoren des Sozialismus auftreten und sagen, wussten wir schon immer, ja, Marktversagen, die bösen Kapitalisten, schaut euch an, schon wieder die Banken. Und diese ganze Demagogie, die der eigentliche Populismus unserer Tage ist, diese Demagogie, die Menschen dazu verführt, ihnen auf dem Marsch in einen neuen Sozialismus zu folgen. In dem Fall ist allerdings unsere europäische Zivilisation in wenigen Jahren am Ende. Okay. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sich alles entwickeln kann. Ich glaube, es hängt davon ab, wie die Menschen es erstmal wahrnehmen. Die Menschen müssen das bewusst werden, welche Situation wir haben. Deswegen haben wir das Gespräch geführt, ja. Es geht nicht darum, dass wir alles schönreden, sondern wir wollen die Fakten auf den Tisch legen. Und ich danke Ihnen sehr für Ihre klaren Worte. Es ist mir ein echtes Genügend, mit Ihnen hier in den Ring zu steigen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie jetzt bei anderer Gelegenheit vielleicht mal fortsetzen können. Da gibt es nämlich genügend Themen. Ich habe noch hunderte Fragen, die ich jetzt aus dem Kopf hätte. Wäre mir ein Fest. Werden wir bestimmt nochmal den bekommen. Ja, ich danke Ihnen. Alles Gute für Sie, Herr Dr. Krohn. Danke. Ja, liebe Zuschauer, wenn schwarze Schwäne Junge kriegen, so heißt das Werk. Ich empfehle es Ihnen wirklich sehr und ziehen Sie die richtigen Schlüsse daraus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn nur wie so hier bei uns verstanden seid. Alles Gute und nicht verzagen. Einfach einschalten und denken. Ja, liebeetera. Ich freue mich, dass wir nach vorne ausgehen können. Auch jetzt olduğunu praktisch. Vielen Dank.